Ja, ich hätte mir eine gedruckt und genau die wurden erwischt. Genau bei dieser Welle hebelt es Simone Streng aus, aber sie ist wohl auf und Simone Streng war auch die letzte Läuferin, die wir Ihnen im ersten Durchgang zeigen. Führende nach dem ersten Lauf und große Favoritin natürlich auf den Sieg, Mali Schild. Sie führt mit 86 Hundertstel Vorsprung auf Veronika Zuzulova und 95 Hundertstel auf Tanja Pudge einen, wo sind die weiteren Österreicherinnen?